Halt! Es reicht. Hitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis. Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Hitesh befindet sich... ...hier. Der Eingang von Hitesh ist hier. Sie wussten es. Sie ist es. Sie ist es. Sie ist es. Sie ist es. Sie sind in der Hand. Lara! Jonah! Oh nein! Nein! Lara! Oh nein! Wir... Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber... Ich muss sofort zu Jonah. Aber wenn Sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen Sie hier sind... Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. . Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinities Händen lassen. Sophia, bist du da? Lara, geht es dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Ich bin oben. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Arbeite! Der Sturm kommt auf. Der Sturm kommt auf. Der Sturm kommt auf. Der Sturm kommt auf. Herr Goldhast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Der Sturm kommt auf. 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 Ich muss Schutz suchen. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Der Sturm kommt auf. 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 Jonah muss irgendwo da oben sein. Der Sturm kommt auf. 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 Der Sturm ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Bis zum nächsten Mal.